Das Wichtigste für mich ist meine Familie und der Teilzeitjob ist für mich wahnsinnig spannend und deshalb auch eine Bereicherung. Ich kann mit einem Feuer spucken und rachen. Oh ja, der ist großartig. Und er spuckt noch Feuer und in der Nacht leuchtet dann das Feuer. Oh ja, das ist toll. Ich freue mich, wenn ihr wie wir über mein Familienjob-Modell diskutieren wollt. Ja, ich bin da. Bis bald. Tschüss.